Eilmeldung für deutsche Rentner Ihr Bankkonto steht vor einer deutlichen Aufwertung. Doch wie viel genau und wer qualifiziert sich? Bleiben Sie dran, um mehr über den Bonus zu erfahren, der diese Woche die Konten verändert. Lassen Sie uns in die Details dieses beispiellosen Bonus eintauchen. Die 1,600 Euro Zahlung soll dringend benötigte finanzielle Hilfe für Rentner bieten, die mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. In den letzten Jahren haben wir einen Anstieg der Inflationsraten, die Energiepreise und eine dramatische Erhöhung der Gesamtlebenshaltungskosten erlebt. Dieser Bonus soll diesen Herausforderungen begegnen und denjenigen, die ihr Leben lang zur deutschen Wirtschaft beigetragen haben, ein finanzielles Polster bieten. Aber wer genau ist für diese Chance berechtigt? Wenn Sie derzeit von der gesetzlichen Rentenversicherung profitieren, haben Sie wahrscheinlich eine angenehme Überraschung. Dazu gehören nicht nur diejenigen, die das Regelrentenalter erreicht haben, sondern auch Personen, die in den Vorruhestamm treten, Invalidenrenten und Witwen- oder Witwenpensionen beziehen. Die breite Förderungswürdigkeit zeigt, dass sich die Regierung verpflichtet hat, eine große Bandbreite von Rentnern und Pensionären zu unterstützen. Nun, ihr fragt euch vielleicht, wann werde ich dieses Geld auf meinem Konto sehen? Die gute Nachricht ist, dass die Regierung keine Zeit verschwendet. Die Einzahlungen haben bereits diese Woche begonnen, mit dem Ziel, alle anspruchsberechtigten Rentner so schnell wie möglich zu erreichen. Die Abwicklung der Zahlung erfolgt durch den Deutschen Rentenversicherung-Bund, die Bundesrentenversicherung, in Zusammenarbeit mit lokalen Banken und Finanzinstituten. Aber wie lange wird der gesamte Prozess dauern? Und was sollten Sie tun, wenn Sie Ihren Bonus bis zum Ende des Monats nicht erhalten haben? Die Regierung hat angekündigt, dass sie erwartet, dass der Großteil der Zahlungen innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeschlossen wird. Angesichts der großen Zahl von Empfängern über 21 Millionen Menschen können jedoch einige Verzögerungen auftreten. Wenn Sie Ihre Zahlung bis zum Ende des Monats nicht erhalten haben, keine Panik. Die Behörden haben eine spezielle Hotline für Anfragen eingerichtet, die wir am Ende dieses Videos zur Verfügung stellen werden. Dieser Bonus kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Inflation weiterhin die Haushalte belastet. Aber sind 1.600 Euro genug, um einen echten Unterschied zu machen? Sehen wir uns diesen Betrag einmal in die richtige Perspektive. Für viele Rentner entspricht dieser Betrag mehr als einem Monat an Rentenzahlungen. Es könnte mehrere Monate der Versorgungsrechnungen decken, notwendige Hausreparaturen finanzieren oder sogar einen dringend benötigten Urlaub finanzieren etwas, auf das viele Rentner in den letzten Jahren aufgrund finanzieller Einschränkungen verzichten mussten. Darüber hinaus geht die Wirkung dieser Prämie über einzelne Haushalte hinaus. Durch die Einspeisung von Milliarden Euro in die Wirtschaft über Millionen von Rentnern stimuliert der Staat auch die Konsumausgaben. Dies könnte sich positiv auf die lokalen Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt auswirken, was möglicherweise zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum führen würde. Aber was ist mit den langfristigen Auswirkungen? Handelt es sich um eine einmalige Zahlung oder können Rentner in Zukunft ähnliche Boni erwarten? Die Regierung hat sich zwar nicht dazu verpflichtet, dies zu einem regelmäßigen Ereignis zu machen, sie hat jedoch erklärt, dass sie weiterhin die wirtschaftliche Situation überwachen und geeignete Maßnahmen zur Unterstützung von Rentnern ergreifen wird. Dieser Bonus könnte einen Präzedenzfall für künftige Interventionen schaffen, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies rechtfertigen. Lassen Sie uns nun einige der brennenden Fragen beantworten, die viele von Ihnen wahrscheinlich haben. Zunächst einmal, wie wird sich dieser Bonus auf die Steuern auswirken? Die gute Nachricht ist, dass die Regierung diesen Bonus für steuerfrei erklärt hat. Das bedeutet, dass Ihnen die gesamten 1.600 Euro ohne Abzug zur Verfügung stehen werden. Diese Entscheidung unterstreicht die Absicht der Regierung, den Rentnern maximale Leistungen zu bieten. Gibt es irgendwelche Fänge oder Bedingungen, die mit der Zahlung verbunden sind? Überraschenderweise gibt es nur sehr wenige. Der Bonus wird automatisch an alle berechtigten Empfänger verteilt, was bedeutet, dass Sie keine Formulare beantragen oder ausfüllen müssen. Die einzige Bedingung ist, dass Sie Rentenleistungen ab dem Stichtag erhalten haben müssen, der am Ende des Vormonats festgelegt wurde. Was bedeutet das für die langfristige Stabilität des deutschen Rentensystems? Dies ist eine komplexe Frage, die viel diskutiert wurde. Einerseits zeigt die Fähigkeit, einen derart hohen Bonus zu gewähren, die aktuelle finanzielle Gesundheit des Rentensystems. Andererseits befürchten einige Ökonomen, dass solche großflächigen Auszahlungen das System langfristig belasten könnten, insbesondere angesichts der alternden deutschen Bevölkerung. Um diesen Bedenken zu begegnen, hat die Regierung betont, dass diese Prämie durch eine Kombination aus Haushaltsüberschüssen und einem speziellen Rentenstabilisierungsfonds finanziert wird, der im Laufe der Jahre aufgebaut wurde. Sie versichern der Öffentlichkeit, dass diese Auszahlung die langfristige Lebensfähigkeit des Rentensystems nicht gefährden wird. Dieser Bonus ist Teil eines breiteren Maßnahmenpakets, das verschiedene Bevölkerungsgruppen in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten unterstützen soll. Zusätzlich zu den Rentenprämien hat die Regierung auch Energiesubventionen für einkommensschwache Haushalte und Steuererleichterungen für Arbeitnehmer genehmigt. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht die Bemühungen der Regierung, den Bedürfnissen verschiedener demografischer Gruppen gerecht zu werden. Aber was denken die Rentner selbst über diese Prämie? Wir haben mit mehreren Begünstigten gesprochen, um ihre Perspektiven zu erfahren. Maria Schmidt, eine 72-jährige Rentnerin aus München, sagte uns, dieser Bonus ist ein Geschenk des Himmels. Mit steigenden Lebensmittelpreisen und Energiekosten habe ich mich schwer getan, um über die Runden zu kommen. Dieses zusätzliche Geld wird es mir ermöglichen, meine Heizungsanlage vor dem Winter zu reparieren. Ein anderer Rentner, Hans Müller, 68, aus Hamburg, teilte eine andere Meinung, während ich die Geste schätze, sorge ich mich um die jüngere Generation. Belasten wir sie mit mehr Schulden? Ich hoffe, die Regierung hat die langfristigen Folgen berücksichtigt. Die unterschiedlichen Meinungen zu großen finanziellen Interventionen unterstreichen ihre inhärente Komplexität. Obwohl die unmittelbaren Vorteile solcher Maßnahmen offensichtlich sind, gibt es eine anhaltende Debatte über ihre langfristigen Auswirkungen auf die generationenübergreifende Gerechtigkeit und fiskalische Verantwortung. Zum Abschluss dieser Übersicht über den ersten. 600 Euro Bonus für Rentenversicherte der gesetzlichen Rentenversicherung ist es wichtig, die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenzufassen. Die anspruchsberechtigten Rentner erhalten einen steuerfreien Bonus von 1.600 Euro, dessen Zahlungen bereits im Gange sind und in den kommenden Wochen abgeschlossen werden sollen. Dieser Bonus ist Teil eines breiteren wirtschaftlichen Unterstützungspakets, das, obwohl es im Allgemeinen gut angenommen wird, Diskussionen über seine zukünftigen Auswirkungen ausgelöst hat. Wir werden diese Geschichte im weiteren Verlauf genau beobachten, einschließlich möglicher zukünftiger Boni- oder Unterstützungsmaßnahmen für Rentner. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal für die neuesten Nachrichten über diese und andere wichtige finanzielle Nachrichten zu abonnieren, die Deutschland und darüber hinaus betreffen. Was halten Sie von dieser Bonuszahlung? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder haben Sie Bedenken? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, dieses Video zu mögen und zu teilen, wenn du es informativ findest. Bis zum nächsten Mal, das ist Ihr Name Abmeldung.